Unsere alten Buchenwälder sind in Gefahr. Superhelden, die sie retten, gibt es nicht. Deshalb brauchen wir dich. Sag ja zum Nationalpark Steigerwald. Wie ich erfahren habe, wir haben es in der Presseeinladung auch geschrieben, hat sich die Buche Emma eine alte Buche aus dem Steigerwald angekündigt, um hier in Bamberg für den Schutz des Steigerwaldes zu werben. Und ich hoffe jetzt, dass wir diese Buche Emma dann auch demnächst zu Gesicht bekommen. So viele Menschen, das trifft sich sehr gut. Mich treibt die Sorge um den Steigerwald zu euch hier in die Stadt. Sieht, solche Bäume wie mich, die so alt sind wie ich, die gibt es ja kaum mehr. Wir Buchenwälder, wir sind der ursprüngliche deutsche Wald. Und wir Altenbuchen sind sogar mehr gefährdet als der tropische Regenwald. Meine Freunde vom Bund Naturschutz haben eine Aktion ins Leben gerufen. Hier an dieser Stelle, hier und heute, könnt ihr eure Unterschrift abgeben. Mit dieser Unterschrift, mit dieser Hilfe könnt ihr dazu beitragen, dass der Nationalpark Wirklichkeit wird. Okay, cool. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.